Drei Mario Kart 8 Abkürzungen, die nur möglich wären, wenn es Lakito nicht gäbe. Zum Glück ist der Bruder für uns da. Platz Nummer 3 ist auf Marios Piste und zwar könnte man hier rein theoretisch direkt wieder aufs Dach springen und damit eine Runde in nur 15 Sekunden schaffen. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich froh, dass diese Abkürzung nicht funktioniert, weil mich sonst irgendwelche Japaner damit die ganze Zeit hops nehmen würden. Die sind auch schon so stark genug. Platz Nummer 2 wird nicht wirklich fairer, nämlich kann man auf der Donut-Ebene 3 einfach vom Legostein zu Legostein springen und damit eine Runde in nur 13 Sekunden fahren. Also die Abkürzung wäre wirklich für die absoluten Schwitzer gewesen, weil ich meine, wenn Yoshi schon absolut am Sweaten ist, dann wird der Spieler hinter dem Controller wohl nicht wirklich trocken sein. Wenn ihr jetzt rein folgt, gebe ich euch wenigstens ein Handtuch. Und Platz Nummer 1 ist an Unfairness nicht zu überbieten und zwar kann man auf der F-Zero Map auf Qualcomm Punch Basis einfach 95% der Strecke überspringen. Das ist doch mal balanced, ganz klar.